Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir werden jetzt zur Wasseraufbereitungsanlage gehen. Gucken ob wir die reparieren können. Gucken mal. Laufen, 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 wir laufen nur rum. Was schießt du? Alter, du bist so schlecht. Hey, hier drüben. Geh dorthin. Komm her. Hier. Hey, warte da. Komm schon. Oh, was ist denn das? Okay, das sind Supermortanten. Ich was höre. Ich lasse mich. Ich lasse mich. Wow. Yo, Touchdown. Okay. Habe ich in der Folge dafür gekriegt, dass er mich getatscht hat. Ich denke, ich höre doch was Piepen, weil es ist mir nur eine Pongel. Aber dann kommt der einfach einer angerannt und bringt mich um. Also da sind Supermortanten und wir haben ja auch eindeutig kaum Waffen, Mann. Ich muss echt nochmal zurück. Ich habe auch wieder mal das gar nicht weggebracht. Gut, ich werde jetzt nochmal zurückreisen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich ein Gewehr oder sowas mitnehmen können. Weil so, boah, ich fahre nicht mit sieben Schuss reingehen. Das ist ein Shotgun. Das ist doch blöd, das ist doch blöd, ey. So, Preston kommt mit. Mit Preston, ich will, dass du hier reinkommst. Ja, komm, hier rein. Scheiße. Ist das dein Herz? Hey. Schieß los. Hier drüben. Verstehe. Ja. Das verstehst du? Klar. Hier ist mein Vorrat. Du hast doch bestimmt was dabei, das du nicht wirklich brauchst. Ja, bestimmt. Erstmal ziehen wir uns jetzt was an. Erstmal ziehen wir uns jetzt was an. So. Das hilft natürlich auch schon mal. Das hilft natürlich auch schon mal. Ne, komm, wir machen zwei Shots. Weil wir uns jetzt selber aufbauen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das macht Wahrnehmung des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Okay. Ich mache so eine ganz normale Impro-Pistole mit. Eine. Und nochmal hier so ein schöner Scharfssitz im Gewehr. Eine Machete. Was? Das Schrott wegpacken. Und jetzt müsste ich Waffenbeer packen. Erstmal die Impro-Pistole. Gehärteter Verschluss. Verlängerter Lauf. Was dafür brauche ich? Rang 1 Waffenfreak. Gucken wir mal eben, was wir für Rang 1 Waffenfreak brauchen. So. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl für die alte Mama Mörfi zu machen, oder? Mal verlängerten Lauf. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Trommelmagazin. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was baust du da? Ich baue mir tödliche Waffen, mein Freund. Das ist doch schon mal sehr schön. Dann habe ich das. Jetzt brauche ich aber noch eine neue Pistole. Impro Pistole. So eine schöne Impro Pistole. So eine schöne Pistole. Verlängerte Waffen. Kurzer Leichtlauf. Verlängerte Waffen. Dann kam es zu. Damit empfehle ich es. Bring eins ab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, das geht nicht. Hey, komm her. Geh dorthin. Geh dorthin. Geh dorthin. Geh dorthin. Geh dorthin. Hey, hier drüben. Komm mal her. Was hat mich denn jetzt schon wieder getötet? Ich verstehe das nicht. Oh, hier. Ich verstehe das nicht. Nein, ach man, ich glaube ich krieg das heute nicht mehr hin, ey, das ist doch nicht normal. Bewirft ihr mich, ich seh das auch noch, aber ich lauf nicht weg, also selbst mir oder weiß ich jetzt, wie ich den hinkriege, ich lasse ihn raus und schieße ihn mit der Shutgun, Preston, Preston, hey, geh dorthin, dorthin, ja, mein General ruft dich, hier drüben, da, Oh, nice, hat die Bombe getroffen. Ich glaube, ich habe die Bombe getroffen. Alter. Er hat einen Raketenwerfer. Er hat einen Raketenwerfer. Und er ist nicht so nuts. Alter Alter Heftig So Scheint so Scheint so Scheint so Ich bin jetzt wieder dran Wieso ist das hiermann Worst der Raketenwerfer frage ich mich? Wer hatte welche von den Leuten aussehen? Oder oder später, du wirst raus! Schön, Preston, dass du ihn auch mal triffst. Schwer, hör, hör! so ich glaube das waren alle aufzug öffnen ja in der nächsten folge werden wir uns hier weiter umgucken ich hoffe auch dass wir den raketenwerfer finden du hast bestimmt deine gründe aber für mich sieht es nach schrott aus und falls euch das video gefallen hat lasst einen daumen da wenn nicht dann nicht und bis zum nächsten mal tschüss